Schauen wir mal, wie sie unterwegs ist. Sie macht den Auftakt hier. Insgesamt haben wir ja zwölf Jahre Zeit der Damen und Kündigung an den Start. 38,50 Euro ihre Zeit, dritte Laufzeit momentan und 1,12,39 Euro ihre Gesamtzeit. Damit knapp hinter der Simone. Pamela Wiesner, beide Damen unterwegs. Eine der Damen, die unterwegs ist, sie war auf der...